Willkommen bei Du bist Autor. Wenn du wissen willst, worum es geht, schau dir hier unsere Ankündigung an. Ansonsten viel Spaß mit der ersten Folge. Du bist Autor. Ich bin Michel. Stefan. Und dir hat man auch nicht gesagt, warum man dich hier reingesteckt hat? Nö. Also, nur, dass ich in Quarantäne soll. Wie bei mir. Essen! Ich guck mal, wie sonst der Fernseher geht. Das ist mein Handy. Unbekannte Nummer. Nun seid ihr gefragt, wie soll es weitergehen? Wenn ihr hier die nächste Folge sehen könnt, wurde die Entscheidung bereits gefällt. Wenn nicht, schreibt uns eine mögliche Fortsetzung in die Kommentare. Die Idee, die die meisten Likes bekommt, wird verfilmt. Die tee zieht euch jetzt. Es gibt auchouldst eine gravitäre Fortsetzung hier. Mit dem Fortsetzung mit trof 주�альном Karten healthcareaaa.